Wie Sie eine Eco-VS-Pumpe anschließen Wir gehen davon aus, dass die Badoo Omnitronic bereits mit dem Netzkabel verbunden ist. Dieses Video wendet sich an die Elektrofachkraft, die dafür geschult und befähigt ist, diese Geräte anzuschließen. Für alle anderen Personen dient diese Film nur als Anschauungsmaterial, welcher nicht zur Nachahmung gedacht ist. Zudem sind die örtlichen Elektroinstallationsvorschriften zu beachten. Achten Sie darauf, beide Geräte spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Danach öffnen Sie den Deckel, indem Sie die vier Schrauben lösen. Entnehmen Sie die Kabeldurchführung auf der linken Seite des Gerätes. Durchstechen Sie diese mit einem Kreuzschlitzdreher. Anschließend fädeln Sie nun das Kabel der VS-Pumpe durch die Kabeldurchführung. Das Kabel wird nun durch den Schaltkasten gelegt und die Kabelführung wieder fest eingedrückt. Ziehen Sie den Kontaktstecker ab und halten Sie gegebenenfalls mit den Fingerspitzen dagegen. Stecken Sie nun die einzelnen Kontaktkabel des Pumpenkabels in die entsprechenden Öffnungen des Kontaktsteckers. Die Kontaktstecker sind entsprechend mit den Kurzzeichen der Kabelfarben beschriftet. Prüfen Sie, ob die Kabel festsitzen und stecken Sie anschließend den Kontaktstecker auf der Omnitronic fest. Verstauen Sie das Kabel seitlich und in der Kabelhalterung neben den Platinen, bevor Sie den Deckel aufsetzen und die vier Schrauben festziehen. Nun sollte die Badoo Omnitronic eingeschaltet werden, sodass sie einen Stopp ausgibt. Damit die Omnitronic mit der Pumpe kommunizieren kann, müssen die Digitaleingänge an der VS-Pumpe aktiviert werden. Wichtig! Achten Sie beim Einschalten der Pumpe darauf, dass diese nicht anläuft. Ein Defekt am Omnitronic-Zahnrad könnte die Folge sein. Halten Sie die S-Taste gedrückt, bis Setup im Display erscheint. Wechseln Sie mit der Info-Taste zum Menüpunkt E und stellen Sie dort mit der Pfeiltaste auf DI um. Danach bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste S. Kontrollieren Sie nun, ob an der VS-Pumpe das Schaltverhalten CL eingestellt ist. Drücken Sie die Taste S so oft bis 0 im Display erscheint. Bei neueren Pumpen sollte das Schaltverhalten NOT eingestellt werden. Glaszentgeräusche Das keep-tsam ist das Schaltverhalten Medicine. Wasser zurückziegie was beiился so